Leute, Leute, Apex Legends ist am Arsch und das meine ich gerade echt so, wie ich es sage. Ich habe es zufällig nur mitbekommen, weil ich auf einmal zig Millionen gefühlte Nachrichten auf Instagram bekomme, was mit Apex Legends los ist, denn der Split ist am Start und der Split setzt nicht nur euren Rang zurück, sondern euren kompletten fucking Fortschritt. Das ist so ein verdammtes Armutszeugnis. Ich finde langsam keine vernünftigen Worte mehr für dieses Spiel. Es hat ja schon einige getroffen, die so ein bisschen Fortschrittprobleme hatten. Ich zeige euch jetzt hier gerade als Beweis, das habe ich gerade so eben aufgenommen vor wenigen Minuten. Ich seppe hier einfach mal rein, es ist wirklich alles away. Und jetzt passt mal auf, was gleich kommt, wenn ich das Spiel starte. Es geht gleich los, welche Meldung. Nun, diese Meldung habt ihr, keine Ahnung, vor Season 19 war es, glaube ich. Oder wann kam folgendes Element hinzu? Moment, ich möchte es nicht vorwegnehmen, weil es ist einfach zu aufregend und zu spannend. Guckt es euch an. Jetzt, jetzt kommt es. Komm endlich. Achtung. Cross-Progression ist da. Happy Birthday. Ich raste komplett aus. Wir haben Cross-Progression. Oh mein Gott, es ist wirklich alles komplett am Arsch. Der zeigt mir jetzt hier. Kurioserweise kam jetzt auch mein Switch-Account mit dazu. Den kann man jetzt auch sehen. Und es ist wirklich alles weg. Erstmal hat es eine Weile gedauert, bis das hier alles am Start war. Und wer fleißig zugeschaut hat im letzten Livestream, der hat gesehen, dass ich 26 Packs aus dem Katar-Event, oder wie sich das schimpft, freigeschaltet habe. Ich bin in Battle Pass Stufe 1. Nicht schlecht. Kurioserweise habe ich über 8.000 Coins. 6.000 Crafting-Metalle. Ich bin bei plus minus 0 Coins, weil ich das Event fast komplett durchgepayt habe. Ich hatte keine Coins mehr und es ist zur Hälfte zurückgesetzt. Und mir fehlen sogar dann nach der Zurücksetzung, fehlen mir 8.000 Coins. Eigentlich müssten da 16.000 sein. Und so weiter und so fort. Ihr seht hier, es ist alles auf Null. Und viele von euch haben mir geschrieben, dass die sämtliche Fortschritte weg sind. Badges sind weg. Habe ich auch kontrolliert. Ich habe nämlich mit Lifeline erst eine Damage-Badge erreicht. Das kontrolliere ich jetzt hier. Die ist auch wieder auf Standard zurück. Das sind jetzt eine 2000er-Badge. Habe ich jetzt bei Lifeline wieder. Und ich hatte letztens die 2.5er. Ich weiß, das ist jetzt nicht so mega aufregend. Und das war zu schnell. Da. Keine 2.5er mehr. Habe ich im Livestream letztens erst das Spiel. Das haben einige auch gesehen. I don't know. Ich gucke mal. Just in time. Jetzt. Wir haben es 19.28 Uhr. Ob es schon ein Statement gibt. Ja, gibt es nur einen Apex-Legend-Status. Looks like there are some account-related issues. Some. Some related issues. Alter, wenn man das aber so minimal klar ist. Es wird gefixt. Keine Sorge. Geht mal davon aus, dass ihr in den nächsten Tagen das alles wieder habt. Seid ihr jetzt die Glücklichen. Die wie ich. Gehen nochmal kurz hier in diese Zocker-Dingens. Hier mit Moment, wo ist der Cursor. Ihr auf einmal 8.000 Coins haben, obwohl sie bei 0 waren oder so. Macht euch keine Hoffnung, wenn ihr das jetzt irgendwie alles durchpayt und ausgebt. Das wird garantiert alles wieder weg sein. Ich mache mir mal noch den Spaß. Weil es sollen auch. Erbstücke fehlen. Moment. Ja, stimmt. Also, ich kann euch kurz sagen. Mein Revenant-Erbstück ist weg. Das passt. Ash hatte ich nicht. Das hatte ich nicht. Das hatte ich auch nicht. Loba habe ich. Das habe ich. Den Rebe-Scanner habe ich auch nicht. Habe ich. Es war ein Re-Color. Moment. Es gibt ja ein Re-Color von Revenant. Ich gucke mal kurz. Okay. Nee. Bei mir sind alle Erbstücke da. Würde ich sagen. Mythische Prestige-Skins. Schauen wir mal. Okay. Den Loba-Skin besitze ich. Der ist nicht da. Ich besitze den, der passt. Das passt. Das passt. Das passt. Okay. Nur Loba fehlt bei mir. Nur ist gut. Also Leute. Ihr merkt. Hier ist gerade richtig, richtig dolle Aua im Hause Apex Legends. Und ich finde es. Ich muss es einfach sagen. In Season 20. Eine Traurigkeit. Die einfach nicht mehr überboten. Obwohl doch. Ich bin überzeugt. Respawn und EA überbieten das in Season 21. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ziemlich schwach. Ich finde keine Worte mehr. Weil es ist schon im ersten Split kein Geheimnis gewesen, dass einige Leute solche Probleme hatten. Nur nicht ganz so schlimm. Jetzt kommt der Split. Jetzt wird es immer schlimmer. Und wenn ich sehe, wie viel wir hier gerade geschrieben haben. Danke übrigens für die Info an alle. Und es bei mir jetzt genauso ist. Dann weiß ich jetzt auch nicht mehr weiter. Also Apex ist komplett broken. Und ja. Ich spiele erst mal. Ich habe gerade keinen Bock mehr auf das Spiel. Ich bin ganz ehrlich. Ja. Leute. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Die Motivation für Apex wird bei mir auch immer geringer irgendwie. Von Season zu Season habe ich einfach immer weniger Bock. Ich liebe das Spiel trotzdem. Irgendwo so eine Hassliebe. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob nach fünf Jahren zur Zeit das GTA 6 kommt. Leute. Das waren meine Abschlussworte dazu. Das war es von mir. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Habt ihr dieselben Probleme? Ich halte euch auf dem Laufenden. Sobald ein Fix im Anmarsch ist. Jetzt bin ich raus. Und ich bleibe euch natürlich trotzdem bei Apex treu. Keine Frage. Ciao. Sobald ein Fix im Anmarsch ist.